Signalboxen, die verbunden sind. Werte, die kommunizieren. Signale, die den Traffik monitorieren. Deutsche Bahn geht digital. Sie schlägt einen Weg für eine ganze Industrie. Wir begleiten seit 100 Jahren in der Leit- und Sicherungstechnik Weiterentwicklung und Erneuerung. Wir haben immer einzelne Komponenten und einzelne Systeme erneuert. Der Bau von digitalen Stellwerken jedoch ist keine Teilsystemerneuerung, sondern vielmehr ein kompletter Plattformwechsel. Deshalb ist die Entwicklung der Digital-Signaling-Technologie das größte Infrastrukturprojekt der deutschen Bahn. Und es passiert hier. Die Digital-Revolution in der europäischen Rail-Network. Das Annenberg-Buchholz-Süd-Signaling-System. Hier ist Innovation der Tradition. Die Regionetze insgesamt, aber speziell die Erzgebirgsbahn, verstehen sich innerhalb der großen deutschen Bahn auch als Labor. Wir haben günstige Voraussetzungen, um Forschung und Entwicklung zu betreiben. Und das digitale Stellwerk, was wir hier in Betrieb nehmen, öffnet natürlich Möglichkeiten für weitere Forschungsprojekte. Die Digitalisierung bedeutet natürlich für uns sehr viel, indem viele Elemente, also viele Hardware-Komponenten nicht mehr erforderlich sind. Es wird also vieles nach außen vorlagert, direkt an die Weiche, an den Achszähler oder an das Signal. Und damit wird der Eisenbahnbetrieb insgesamt effizienter. Infrastruktur, die über 100 Jahre alt ist, wird durch Digital-Technologie, Schritt für Schritt. Wir haben alle Schnittstellen im System standardisiert. Und wir haben das gesamte System auf eine einheitliche Architekturplattform gestellt. Digital-Signaling-Technologie, based on the European U-Link Standard, will run more economically. Die digitale LST bedeutet für den Kunden sicherer Betrieb mit deutlich weniger Störungen. Für die Mitarbeiter, dass auch in der Leit- und Sicherungstechnologie moderne IT-Technologie einzug halten wird. Und dass Ausbildung und Eisenbahnbetrieb sich in dramatischer Art und Weise verbessern werden. Am 18. Januar 2018. Die finalen Präparations werden gemacht, in order to enter the digital world in Anneberg Buchholz. 2 Minuten past 4. The system goes live. And the first train passes the Anneberg Buchholz Süd Digital Signaling System. Ich bin ganz sehr stolz darauf, dass wir hier in Anneberg diese Technik entwickeln und zur Zulassung bringen durften. Das motiviert nicht nur uns als Leitung, sondern es motiviert auch die Eisenbahner. Anneberg Buchholz is just the beginning for brand new and innovative railway applications. Mit diesem Projekt sind wir internationaler Vorreiter und Treiber der Digitalisierung der Infrastruktur. Das ist ein ganz wesentlicher Beitrag für die Digitalisierungsoffensive der Deutschen Bahn. The digital revolution in the European Rail Network has begun.